Es ist Söhringhof Qualität, zwei Sterne Ware, die wir verwenden. Das ist wichtig. Wir haben optimale Lieferbedingungen, also keine weiten Wege. Kurzfristig können wir liefern. Wir haben tolle Wohnungen, Haus, klasse Ferienwohnung. Man will es auch mal genießen, aber man fährt natürlich nicht erst los in den großen Kaufladen, kauft sich drei Tüten Arbeit und fängt dann zu Hause an zu arbeiten. Sondern da kann man sich die perfekten Bausteine liefern lassen und wir holen es wieder ab. Also bequemer geht es nicht mehr und vor allem nicht genussvoller. Wir liefern es direkt dem Porzellan, wie es auch gegessen ist und nicht in einer Einwegschale, wo nachher wieder umgepackt wird oder lange vorbereitet werden muss. Man muss nicht kochen können, man muss lesen können. Wenn es mal kurzfristig ist, schauen wir mal, was wir noch so alles im Kühlschrank haben. Ja, wir haben YHB, wir haben Barlic, wir haben Kaviar. Wir haben noch eine ganze Menge anderer Dinge, die gar nicht aufs Tablett passen. Man muss zehnmal im Genuss-Shop eingekauft haben, dann kriegt man eine Gutscheinkarte, dann liefer ich auch selber. Hahaha!